Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich bei einer nächsten Vorlesung der Universität der drei Generationen. Die Institution gibt es schon seit sechs Jahren. Sie entstand auf Initiative von mehreren dafür arbeitenden Personen. Leider sind unsere Vorlesungen jetzt auch virtuell. Leider finden sie in der heutigen Zeit auch über Zoom statt. Und das ist bereits unsere dritte solche Vorlesung. Alle bisherigen Vorlesungen oder fast alle oder zumindest viele von denen, die es bisher gegeben hat, können Sie hören und sehen auf der Website der Universität der drei Generationen. Und zwar unter der Adresse otp.berlin. Und da können Sie auch alles über Frau Hanna Jakob erfahren, die Chefin des Programmrates ist und verantwortlich zeichnet für die Vorlesung. Da gibt es auch viele Informationen über den Organisator der Vorlesung, Herrn Bogoslav Fleck. Ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen. Deshalb wollte ich sagen, alle anderen Informationen können Sie sich anschauen. In diesem akademischen Jahr beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Populismus. Und das, was in der Welt passiert, ist eigentlich nur vergleichbar mit einer Situation vor von 50 Jahren. Etwa im Jahr 68, um dieses Datum herum, ist sehr viel passiert an vielen Orten der Welt, synchron und doch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und so wie es jetzt in der Weltpolitik, in der internationalen Politik, in der Situation zwischen den Geschlechtern, zwischen den politischen Gruppierungen innerhalb der Gesellschaften, zwischen Staaten auch, während die Situation genauso oder ähnlich dynamisch ist, Ich beziehe mich hier gar nicht auf die Situation der Pandemie, denn sie ist gleich für alle in einem gewissen Sinne. Wenn es da irgendwelche Unterschiede gibt, dann aus biologischen Gründen, des körperlichen Widerstandes gegen die Krankheit oder auch nicht. Aber in der Welt gibt es ziemlich chaotische Phänomene, über die man nachdenken sollte. Die heutige Vorlesung passt, würde man denken sollen, nicht an die Hauptströmung unseres akademischen Jahres, nicht so richtig. Aber ich möchte mich doch auf eine Schullektüre beziehen, zumindest war es zu meiner Zeit noch Schullektüre, und zwar von Leon Krutschkowski. Der hat nicht nur das Drama Die Deutschen geschrieben, sondern auch noch ein anderes, das hieß Der erste Tag der Freiheit. Und eine der Protagonisten war ein Kriegsgefangener aus einem Offizierslager, der am ersten Tag der Freiheit andere trifft, und sie erzählen sich, was sie da gemacht haben, während sie unfrei waren. Und er sagt, er habe Persisch gelernt. Ich glaube, jedenfalls war es eine sehr exotische Sprache, die er zu gar nichts gebrauchen konnte, weder im Offizierslager noch in der Freiheit. Und das hat ihm erlaubt, zu überleben. Ich glaube, dass diese Beschäftigung mit Dingen, die scheinbar nutzlos sind, sind, die keine direkte praktische Anwendung haben, helfen kann, Grenzsituationen zu überdauern, Stresssituationen zu überdauern, in denen man nicht so richtig weiß, woran man sich halten sollte. Auch heute werden wir von einem Phänomen sprechen, das einen kontroversen Charakter hat. Kontrovers nicht, weil es kontrovers an sich ist, sondern weil es so instrumentalisiert wird. Das Phänomen an sich, das Phänomen der sprachlichen Schwierigkeiten mit dem Genus, mit dem femininen oder maskulinen Genus, mit den Anwendungen oder den Gender-Anwendungen des grammatischen Geschlechts, des persönlichen Geschlechts, des gewählten oder erklärten Geschlechts, dieses Phänomen kennen wir schon lange. Und Frau Professor Danuta Rittel-Schwarz, die heute unser Gast ist und gleich eine Vorlesung darüber halten wird, hat, man könnte sagen, eine Hipster-Einstellung dazu. Sie hat sich nämlich damit schon beschäftigt, als das noch nicht in war, sich damit zu beschäftigen. Deshalb wird sie vielleicht mit einer gewissen Distanz und ohne Kontroversen darüber sprechen, als über eine sprachliche, linguistische, komparatistische Erscheinung. Sie wird diese Dende-Problematik der polnischen mit der deutschen Sprache vergleichen. Meine Rolle ist hiermit zu Ende. Ich werde jetzt beobachten und zuhören. Und Sie haben die Möglichkeit und die moralische Verpflichtung, sich einzumischen und Fragen zu stellen, die die Frau Professor vielleicht beantworten wird. Und ich werde sie mit Sicherheit vorlesen und darüber nachdenken, ob ich sie weitergeben soll. Jetzt übergebe ich das Wort an Frau Professor Ritter-Schwarz, ziehe mich zurück und wünsche Ihnen eine hochinteressante Vorlesung. Vielen herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, mit Ihnen hier zu sein. Ich bin zwar in Leipzig, Sie sind in Berlin. Das tut mir sehr leid, dass diese Vorlesung in einer solchen Form stattfinden wird, aber ich hoffe, dass wir irgendwie zurechtkommen werden. Meine Damen und Herren, da meine Vorlesung tatsächlich eine sprachwissenschaftliche Vorlesung sein wird, habe ich beschlossen, für die Vorlesung eine Präsentation vorzubereiten, damit Sie das vielleicht besser aufnehmen können und die Beispiele verfolgen können. Deshalb werde ich gleich meinen Bildschirm mit Ihnen teilen und ich werde das gesprochene Wort unterstützen mit den Bildern. Ich hoffe, dass Sie es gut sehen können. Ich habe diese Vorlesung die Genderungerechtigkeit oder Gerechtigkeit des Polnischen aus deutscher Perspektive genannt. Ich wollte damit anfangen mit einem Motto. Nur was Einzelne tun, ist dem Spotte preisgegeben. Wenn aber Vieltausende dasselbe tun, so hören die Ausnahmen auf und es wird Regeln und braucht daraus. Dieses Motto wird für unsere ganze Vorlesung heute stehen. Das sind Worte einer deutschen Schriftstellerin, Journalisten, Feministen, die um die Frauenrechte gekämpft hatte. Sie schrieb unter dem Pseudonym Otto Stern also als Mann. Man hält sie für die Begründerin der organisierten feministischen Bewegung in Deutschland und für mich ist sie wichtig, weil sie auch in Leipzig tätig war und hier auch starb. Ich habe meine Vorlesung als Genderungerechtigkeit, Gerechtigkeit genannt, vor allem unter dem Einfluss der deutschen Sprache und der Diskussion, die in Deutschland dazu gerade verläuft. Das Wort Gender ist in der letzten Zeit sehr in geworden, wird aber vor allem in eine Wissenschaft gebraucht, die sich mit der sozial-kulturellen Geschlechtsidentität beschäftigt. Dies wird jedoch nicht das Thema meiner Vorlesung sein. Mich interessiert vor allem Gender und die Sprache. Die Sichtbarkeit der Geschlechter in vergleichbaren sprachlichen Systemen und dessen Geschlecht zum grammatikalischen Genus und ob man überhaupt von einer Gendergerechtigkeit der Sprache sprechen kann. Ist so ein Terminus überhaupt begründet? Das Problem, dass es keine feminative Form gibt oder dass es sie zwar gibt, aber dass sie nicht angewendet werden, wird in Polen schon seit über 100 Jahren intensiv diskutiert. Dabei unterstreicht man, dass es in der polnischen Sprache das Problem der Genus und Geschlechterasymmetrie gibt. In Diskussionen, die emotional sehr geladen sind, spricht man vom Sexismus, von der Diskriminierung der Frauen in der Sprache, vom Androzentrismus der polnischen Sprache. Aber lassen Sie uns darüber nachdenken, wird das bestätigt durch normative Veränderungen des Polnischen? Sind diese überhaupt möglich heute? Sind die Sprachen unserer Nachbarn, der Deutschen und der Tschechen, in denen die Wortbildungsdefinitionen des Femininen nicht so viele Kontroversen erwecken, aber auch intensiv diskutiert werden, gendermäßig gerechter sind? Die tschechische Sprache werde ich heute nur kurz erwähnen, aber es lohnt sich wahrscheinlich, weil vom System her ist das Tschechische dem Polnischen am nächsten. und es verfügt im Sprachsystem über sehr ähnliche sprachliche Mittel und doch hat sich der Tschechische für einen etwas anderen Weg entschieden, wenn man, wenn es um den gebrauchten terminativen Formen in der Alltagssprache, aber auch in der offiziellen Sprache geht. Das Thema Gender und Sprache ist so kompliziert, dass ich nur ausgewählte Themen daraus ansprechen kann. Deshalb möchte ich mich heute auf das Problem konzentrieren, wie weit die Sprachsysteme des Polnischen und des Deutschen uns erlauben, die Texte so zu formulieren, dass alle Personen, an die sie gerichtet sind, spüren, dass diese Texte sie tatsächlich betreffen und sich angesprochen fühlen. Ich möchte am Anfang unterstreichen, dass ich hier keine Ratschläge erteilen werde. Ich möchte auch nicht beurteilen. Das heißt, es geht mir nicht um die Beurteilung, welche diese beiden Sprachen das sogenannte die Weiblichkeit besser realisiert. Im Rahmen der heutigen Vorlesung möchte ich einige Probleme ansprechen. Ich möchte vor allem die aktuellen Tendenzen bei der Bildung von femininen Derivaten Vergleichen die Frauen von maskulinen Substantiven benennen. Ich erinnere im Zusammenhang damit an eine Diskussion darüber, die es in Polen vor 100 Jahren gab. Außerdem möchte ich kurz die Anwendung der maskulinen oder vielleicht auch des femininen Genus in der generischen Funktion vergleichen. Das heißt, in welchem gerade eine der Formen, vor allem die männliche Formen, heute benutzt wird, um Gruppen zu bestimmen, die geschlechtermäßig nicht einheitlich sind oder deren Zusammenstellung nicht klar ist. Zum Schluss möchte ich Ihnen Beispiele nennen, wie diese Kategorie in der Praxis in Polen und in Deutschland realisiert wird und zum Vergleich auch in Tschechien. Und ob wir im Zusammenhang damit von einem existierenden Problem in der interkulturellen Kommunikation sprechen können. Meine Damen und Herren, ich werde mich hier des Begriffs Movierung Motion bedienen. Unter diesem Terminus verstehen wir Substantiv Derivate des weiblichen Geschlechts, die gebildet wurden vom Maskulinen oder umgekehrt. Das Ziel dieses wortbildnerischen Prozesses ist die Bildung von Substantiv Paaren, in denen das grammatikalische Genus dem natürlichen Geschlecht entsprechen würde. Also Maler, Malerin. Es gibt auch umgekehrte Beispiele. Wir haben zum Beispiel in beiden Sprachen Witwe und Witwe. Allgemein kann man sagen, dass in der deutschen Sprache, aber auch im tschechischen Movierung eine regelmäßige und hochproduktive Art ist, Feminative zu schaffen. Wenn man das polnische Wortbildungssystem mit dem deutschen vergleicht, merkt man, dass es zwar auch in der polnischen Sprache zahlreiche produktive Suffixe gibt, die weibliche Formen von den männlichen bilden und doch ist deren Benutzung sehr eingeschränkt. Die deutsche Germanistin Elke Donalis ist der Meinung, dass die Movierung in der polnischen Sprache einen marginalen Charakter habe. In Polen wird das manchmal anders gesehen, zum Beispiel polemisiert mit ihr die polnische Germanistin Joanna Kubasch, die schreibt, dass die polnische Sprache im Gegensatz zur Deutschen mit ein breites, sehr diverses Assortiment von Wortbildungsmitteln besitzt, die der Movierung dienen und diese auch gern benutzt. Wodurch sich die Sprachen unterscheiden nach Kubasch sind die pragmatischen Anwendungen der Feminina Alternativen. Porównywano języki polski niemiecki na przykład Beabel Mimic. Polnisch und Deutsch wurde ebenfalls verglichen. Wir haben ein Buch aus dem Jahre 93, in dem Beabel Mimic das Problem der Sichtbarkeit der Frauen in der polnischen Sprache sehr kritisch beleuchtet hat. Wenn wir das vergleichend betrachten, möchte ich darauf hinweisen, mit welchen Mitteln, mit welchen Instrumenten wir die beiden Sprachen vergleichen können. Die Movierung im Deutschen ist etwas Offensichtliches. Das einzige produktive Suffix, den Sie sehen, ist das Suffix in. Und wir haben Derivate wie Professorin, Doktorin, Diktarin, Ingenieurin, Duristin und die Fahrerin und so weiter. Es ist praktisch, wer sich herausstellen wird, praktisch alles. Es gibt auch außerdem Suffix fremde Herkunft und die Derivate, die dadurch gebildet werden, sind zum Beispiel welche, die Friseuse, Baronesse, Diakonisse, Prinzessin und so weiter. Und diese sind nicht produktiv wissenschaftlich gesehen. Wir können mit ihrer Hilfe keine neuen Derivate bilden und im Grunde spielen sie heute eine marginale Rolle. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, dass im Deutschen ein dominierendes Suffix existiert und nur dieses Suffix ist in sprachwissenschaftlicher Hinsicht produktiv. Schauen wir uns dieses Suffix an. Frey um Einschränkungen handelt in Beziehung auf den semantisch strukturellen Charakter, semantischen Charakter und den pragmatischen Charakter. Ich will hier nur ein Beispiel nehmen dafür, wo das Suffix in aus grammatisch strukturellen Problemen nicht mit männlichen Derivaten in Verbindung tritt und dadurch keine femininen Formen bildet. Diese Einschränkungen betrifft männliche Substantive, die mit Link endet, an Kümmling oder Flüchtling oder Neuling und andere. Wohlf, Herr Schabatz, die beiden Autoren bereits vor 30 Jahren seltene Beispiele registriert haben, Feminine Formen gebildet wurden mit Hilfe des Suffix i n also Ankömmlingen Flüchtlingen muss man sagen, dass trotzdem diese Diskussion nach wie vor weitergeführt wird und es wird diskutiert, ob dieses im Deutschen geht oder nicht. Und hier kam das Jahr 2015 und hier traten politische Ereignisse ein, die Diskussion nochmal entfacht haben. Und zwar ging es um das Wort Flüchtling. Diese Diskussion zeigt, mit welchen Problemen die Sprachsysteme zu tun haben, in dem Fall die deutsche Sprache, in ihrem Kampf um die politische Korrektheit oder mit anderen Worten, inwiefern die politische Korrektheit erlaubt wird durch die Sprachsysteme und inwiefern diese sie nur hemmen. Meine Damen und Herren, ich habe hierfür zwei Beispiele, die ich Ihnen zeigen wollte, aus der Diskussion aus dem Jahre 2015. Und zwar der erste Beitrag, das war ein Beitrag von der bekannten Linguistin und Feministin Luise Pusch. Sie hat auf ihrem Blog in der Serie Wenn der Flüchtling eine Frau ist, so hieß die Folge auf ihrem Blog Laut und Luise 17, sagt sie Folgendes, ich werde hier den polnischen Texten vorlesen, die Dolmetscherin den Deutschen. Rein sprachlich gesehen sind aber die Flüchtlinge durchaus ein Problem, denn das Wort Flüchtling ist, wie alle deutschen Wörter, die mit link enden, ein Maskulinum, zu dem sich kein Feminium bilden lässt. Punkt. Meine Damen und Herren, sehr schnell reagierte hierfür zwei Monate später der deutsche Sprachwissenschaftler Peser Eisenberg in folgender Weise Interessant ist, dass Flüchtlinge sich bei ungenauerem Hinsehen als politisch inkorrekt erweist. Es handelt sich um eine Personenbezeichnung in Maskulinum, die von der Bedeutung her eigentlich einem Femininum zugänglich sein sollte, wie bei Denker, Denkerin, Dieb, Diebin. Aber die Form Flüchtlinginnen gibt es nicht. Es kann sie auch nicht geben. Ihre Bildung ist ausgeschlossen. Der Grund für das zunächst rätselhafte Verhalten von Link ist systematischer Natur. Das heißt, meine Damen und Herren, es ist das System daran schuld. Ich wollte hier noch kurz sagen, dass diese Diskussion natürlich viel stimmiger geführt wurde und diese Stimmen waren auch sehr differenziert, denn darauf reagierte Anatole Stefanovic am 17. Dezember, der Folgendes gesagt hat, eigentlich sollte man die Möglichkeiten und Wendigkeiten sprachlicher Eingriffe nicht mit dem Argument abtun, das Sprachsystem sei, wie es ist, Sprache ist, was ihre Sprachgemeinschaft aus ihr macht. Meine Damen und Herren, diese Diskussion im Internet, die es gegeben hat, führte dazu, dass wir erfahren haben, dass sich die Internetnutzer ausgesprochen haben, indem sie verschiedene Varianten angegeben haben, für die sie sich erschlossen hätten, um die Flüchtlingerinnen zu nennen. Wie Sie sehen, ist es in der deutschen Sprache in Deutschland eben ein Problem der femininen Wortbildung stark diskutiert. Jetzt schauen wir uns an, wie die Movierung in der polnischen Sprache aussieht. Wir sehen hier im Gegensatz zum Deutschen einige produktive Wortbildung zu fixen. Sie könnten problemlos feminine Derivate von maskulinen Derivaten bilden helfen. Was sich aber herausstellt, gibt es Probleme und diese Probleme bestehen bereits seit 100 Jahren und an der Diskussion sind sowohl Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler als auch die Nutzerinnen und Nutzer der Sprache beteiligt. Bis dahin, bis hierhin sehen wir kein Ende dieser Diskussion und manchmal scheint es, dass wir uns im Kreis bewegen. Kommen wir uns aber das Sprachsystem an. Hier habe ich hier mit Großbuchstaben das Suffix k aufgeschrieben. Mit seiner Hilfe bildet man die Derivate am häufigsten. Wir haben hier Lehrerin, Ärztin, Polizistin und so weiter mit der Hilfe der K. Die anderen hier genannt habe existieren ebenfalls und die sind ebenfalls produktiv. Inni und Spedav Chinich Verkäuferin und Chinich Hausmeisterin und Chinich Meisterin etwas seltener Itza Itza das Suffix tritt in stilistisch neutralen Derivaten selten vor aber in etwa dem Wort Kratsovnica Angestellte oder Kratsovniczka als eine Nebenform. Natürlich werden auch Formen gebildet mit Hilfe der Adjektivendung A das heißt Vorsitzende oder etwas Kolloquialer die Schäfin Kratsovna und Schneiderin Kratsovna Die übrigen sind sehr selten Anka Ina Ina Krabina Gräfin Kollegin Kolejanka Diese Zusammenstellung verweist darauf dass im polnischen System Sprachsystem viele verschiedene Wortbildungsmittel existieren die eine Bildung von Feminativen ermöglichen und doch werden diese feminativen Formen selten gebildet obwohl ihre Bildung möglich wäre mehr noch sie existieren im System der polnischen Sprache aber in der Praxis werden sie wenig gebraucht hier gibt es etwas was ständig vielfach wiederholt wird eine Wahrheit je höher das gesellschaftliche Prestige des bezeichneten Berufs desto häufiger fehlt ein das weibliche Pendant des Wortes schauen wir also weiter wie das im polnischen gehandhabt wird und welche Probleme uns hier erwartet eines der Probleme ist dass wir die Feminative zu den traditionellen Berufsbezeichnungen verwenden wie Kirchen Kellnerin Kernerka Sekretarka Sekretärin Putzfrau Sprontaczka niemand kommt hier auf die Idee dass man dass man diese Frauen Berufsbezeichnungen mit Hilfe männlicher Formen benutzen anders stellt es sich dar wenn wir die wissenschaftlichen Titel oder Titel oder höhere Posten meinen denn sie werden nicht moviert wir sagen dann gewöhnlich Frau Professor Frau Direktor Frau Psychologe Frau Ingenieur und so weiter Pani Ingenieur Pani Psycholog Pani Professor Pani Direktor das Problem Ingenieuren Ingenieureka zu sagen wäre hochproblematisch wie erklärt man sich das wir wir also es gibt auch offizielle Erklärungen etwa des polnischen Sprachrates dass es damit zusammenhängt dass das Suffix dass das produktivste Suffix K hier daran Schuld ist es heißt nämlich dieses Suffix bildet nämlich auch diminutive Formen das heißt die können von den Zuhörern als weniger prestigeträchtig wahrgenommen werden wenn jemand sagt Professor K assoziiere das mit Professorek also mit dem kleinen Professor mit dem Professorchen und nicht als parallele prestigeträchtige Berufsbezeichnung für Frauen sehr oft wird unterstrichen dass in den Derivaten die durch die Movierung es zu einer homonymen Verwendung oder Entstehung von homonymen Formen kommen könnte wenn ich nämlich aus dem Wort Pilot Pilotka bilden es ist Pilotka es ist eine Fliegerhaube es ist eine Mütze wenn ich aus dem Wort Marejsas Seemann das Wort Marenarka bilde dann bedeutet es ein Sakko und so weiter der Diplomat dann die Diplomatin Diplomatka ist eine Aktentasche Regisseurka ist ein Regieraum und nicht eine weibliche Regisseurin trotzdem gibt es Frauen die diese homonymen Formen benutzen in Bezug auf ihre von ihnen ausgeführten Berufe wenn es darum geht die ich sagen würde diese Formen benutzen wollen wir uns auch rechtfertigen dass wir diese Feminativen nicht benutzen wollen weil sie bereits einen Platz im Sprachsystem besetzt haben dasselbe Problem gibt es in der tschechischen Sprache im geringeren Masse und doch muss man sagen dass im tschechischen diese Beschränkungen nicht gelten die Motion wird regelmäßig verwendet und feminine Formen werden gebildet und benutzt wir sagen dass es im tschechien neutrale Formen gibt die mit Hilfe dieser K gebildet werden Doktor Profesor Kadekanka sind für die tschechische Sprache ganz normal funktionierende Wörter obwohl das Sufix K ebenfalls sowie im Polnischen zur Bildung von Diminutiven verwendet werden kann Meine Damen und Herren wie genau die Anzahl von weiblichen Derivaten für die Bestimmung von Berufen und Positionen in Bezug auf Frauen der polnischen Sprache es gibt das ist unbekannt ich meine hier dass die normativen Lexika der polnischen Sprache in der Regel keine Information darüber geben ob es eine solche Form gibt diese Lücke wird in einem gewissen Grade von dem Wörterbuch Feminine Bezeichnung des polnischen ergänzt geschrieben von vier Sprach Wissenschaftlerinnen die Herausgeberin ist Agnieszka Mauer Akropa es erschien 2015 dieses Lexikon registriert die polnischen Feminitiva sowohl diejenigen die ihren festen Platz im polnischen haben die kodifiziert sind als auch diejenigen die erst diskutiert werden ich habe hier Ihnen einige Beispiele links geschrieben ich wollte sagen dass diese im Wörterbuch mit dem Qualifikator nicht registriert versehen sind obwohl sie als nicht registriert bezeichnet sind so wird im Lexikon immer ein Beispiel angegeben und diese Beispiele stammen vor allem aus Zeitschriften feministischen Zeitschriften aus öffentlichen Debatten die mit feministischen Themen verbunden sind aber auch aus Internet hier einige Beispiele wie Ingenierka für Ingenieuren Fahrerin Ministerin Springerin Zeugen Herausgeberin ich habe Ihnen hier die Deutschen und die Tschechischen Entsprechungen reingeschrieben genauso wie diese nicht registrierten Feminativa merkwürdig klingen aber sie funktionieren im Deutschen und Tschechischen ganz normal nicht alle Formen werden in diesem Wörterbuch erfasst also Lexikon zum Beispiel ich habe hier die Form Dekanin man sagt auch Dekanin ist eher Peorativ oder Kanzler die Kanzlerin diese Form gibt es nicht wie ich bereits erwähnt habe ist das Problem der Asymmetrie des Genus und des Geschlechts in der poinischen Sprache nichts Neues Ich möchte einen Moment auf diese Diskussion zurückkommen schon in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gab es eine von Roman Savinsky im Jahr 1901 begonnene Diskussion und zwar in der Zeitschrift Poradnik Jensikove die sprachliche Beratung eine Diskussion über die femininen Bezeichnung von Berufen an der Diskussion nahmen hervorragende Sprachwissenschaftler wie Zenon Klemenschewitsch Kazimierz Nitsch Maria Dubuska Witold Doroszewski Antonina Obramska und Titus Beni teil und man kann feststellen dass die Forderung symmetrische Bezeichnung von Berufen Titeln und Positionen in beiden Genus also im femininen und maskulinen Genus zu benutzen auf einen starken Widerstand der polnischen Frauen stieß die es für ein Attribut der Emanzipation ansahen dass dieselben Formen wie die männlichen benutzt werden diese Diskussion war sehr belebt und dauerte lange sie fängt eben vor 120 Jahren an aber ich habe hier ein bezeichnendes Beispiel eine Aussage des polnischen Sprachwissenschaftlers Benni von 1933 insbesondere Frauen mögen diese unveränderten Formen denn das unterstreicht die Gleichwertigkeit des Titels bei Frauen und Männern meine Damen und Herren im Jahre 1933 antwortete eine Sprachwissenschaftlerin darauf Antonina Obremska Jabuonska die folgendes schrieb natürlich kann man nicht über die Zukunft solcher Ausdrücke entscheiden weitere Fakten wird die Zeit uns bringen und die meisten Sprecher werden darüber entscheiden überlegen wir uns wie lange das her ist dieser Satz und das Thema ist immer noch aktuell und ich möchte Ihnen hier noch ein Fragment aus einer Aussage von Zenon Klamentschewitsch von 1957 noch vorstellen das Problem ist immer noch lebendig und will entschieden werden ich erlaube mir hier die Beispiele zu zitieren die er bringt denn heute könnte eine Diskussion über die weibliche Entsprechung des Gefangenen komisch vorkommen aber damals in den 57 überlegte Klamentschewitsch soll das Vienzniarka heißen Vienzienka Vienziennica oder Vienznica wir wissen heute Vienzniarka ist die heutige Form im selben Artikel überlegte er wie man die weibliche Entsprechung des Abgeordneten bezeichnet Poso 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 heute sagt man entweder Pani Poso Frau Abgeordneter oder Poso Poso meine Damen und Herren unsere Zeit ist beschränkt deshalb werde ich mich jetzt nicht näher mit der Diskussion beschäftigen obwohl sie natürlich hochinteressant ist von vor 100 Jahren ich möchte aber sagen dass das Problem uns schon lange beschäftigt Sie verfolgen Sie verfolgen ja ebenso die Diskussion wie ich ich habe im Internet auf die Website der Sprachberatung geguckt und da gibt es oft den Eintrag ich habe ein Problem meine Zweifel betreffen ich habe ein Dilemma gibt es eine Regel meine Damen Herren die Antworten der Beratungsstellen sind sehr vorsichtig würde ich sagen genauso wie vorsichtig sich auch der Rat der polnischen Sprache dazu ausspricht und hier habe ich einen Ausschnitt aus einem Interview mit Miroslav Beinko einem berühmten polnischen Sprachwissenschaftler der ein Interview an die Zeitschrift Kultura Liberalna dieses Jahr erteilt hat im Januar und unter anderem sagte er folgendes in dem Interview unter Sprachwissenschaftler Polonistinnen gibt es viele Personen die ohne Überzeugung oder mit Unwillen sich gegenüber weiblichen Formen in den Berufen oder Funktionen mit höherem gesellschaftlichen Status beziehen das erinnert sehr an den Satz von Titus Benny von vor 90 Jahren meine Damen und Herren da sind wieder die Frauen schuld lassen sie uns jedoch zu dem System der polnischen Sprache zurückkommen Da wollte ich sagen dass die ob die wollte ich fragen ob die Frauen tatsächlich nicht sichtbar sind in der polnischen Sprache im Vergleich zu Deutschen wenn wir uns diese beiden Sätze angucken das was ich mit blau bezeichnet habe signalisiert den Genus und davon gibt es sogar etwas mehr in der polnischen Sprache als in der deutschen aber der Genus wird hier auf eine andere Weise signalisiert hier dazu die Lexeme Frau Professor Frau Redakteur dann auch verbunden mit dem Wort mit dem Lexem Frau Frau Fahrer Frau Ingenieur und das Problem liegt darin dass diese dass die Pronomen sichtbar machen auch Adjektive oder Zählwörter wie auch manche Flexionsformen der Verben also wir haben schon im polnischen zur Verfügung viele Mittel die uns das signalisieren meine Damen und Herren aber es gibt tatsächlich ernstzunehmende Probleme die beginnen in dem Moment wenn wir die prädikativen Formen nutzen soll ich sagen ist Frau Wolf ein bekannter Professor oder eine bekannte Professorin da stimmt irgendwas nicht in der polnischen Sprache auch noch schwieriger ist es wenn wir diese Formen im Plural benutzen wollen sind das die Frauen Professor die Frauen Professorinnen oder die Frauen Professorin ich habe das mit einem Sternchen versehen hier das ist eine unrichtige Form hier nur ein kurzes Rätsel Rätsel beachten sie bitte mit welchen Problemen wir zu kämpfen haben wir haben auf Deutsch den Satz eine junge BMW-Fahrerin kämpfte nach dem Unfall ums Leben ich gebe Ihnen drei Minuten ich werde jetzt schweigen und sehen Sie bitte das sind die von mir vorgeschlagenen Übersetzungen dieses Satzes in die polnische Sprache Bitte überlegen Sie in den drei Minuten welche der Sätze Sie für sprachlich korrekt halten würden und welchen nicht ich hoffe dass Sie die Sätze bereits durchgelesen haben eigentlich will ich nicht dass Sie das sehr genau analysieren aber dass Sie ganz spontan und schnell entscheiden was Sie für richtig halten was nicht vor langer Zeit schon vor ein paar Jahren habe ich Frau Dr. Alina Riewasch gebeten eine Umfrage unter den Germanistik-Studenten durchzuführen das sind Germanistik-Studenten haben daran teilgenommen es sind 50 Personen gewesen 42 Studentinnen und 8 Studenten sehr interessant sind die Ergebnisse gewesen die Befragten hatten drei Möglichkeiten gehabt richtig nicht richtig also korrekt nicht korrekt und zweifelhaft eigentlich sollten Sie jeden Satz bewerten 70% haben da für das wichtigste für das für das korrekteste den ersten und den zweiten Satz gehalten was was aber sehr überrascht hat keine von den angegebenen Vorschlägen wurde zu 100% abgelehnt der fünfte und der sechste Satz ist auf wenig Begeisterung gestoßen ich habe mich mit der Frage dann an die Polonisten gewendet und in diesem Fall es waren nur 20 Befragte wurde nur ein Satz von allen als grammatisch nicht korrekt bewertet das ist Nummer 5 außerdem waren die Ergebnisse ähnlich also wenn Sie jetzt raten sollten würden Sie mit 5 richtig geraten haben alle anderen wurden so als grammatisch zulässig bewertet und eigentlich so zum Schluss habe ich hier die zum Schluss im siebten Satz habe ich den Satz Mora Kirovczyny also die junge Fahrerin habe ich dann unter sieben genannt also sieben vier Spezialisten für Polnisch und sieben Studenten haben diesen Satz für richtig gehalten Sie sehen wie flexibel die Norm ist oder wie unfest die Norm ist ich möchte Ihnen noch ein paar Minuten in Anspruch nehmen und ich möchte Ihnen die generische Funktion des Maskulinum zeigen worum geht es hier es geht darum dass wir oft den männlichen genus in der verallgemeinernden Funktion verwenden und zwar in Bezug auf Frauen und auf Männer hier hier haben sie die definition der sprachwissenschaftlerin aus deutschland die ist autorin des lexikons sprachwissenschaftlicher termini frau busmann und sie sehen hier dass sie sich auf das generische maskulinum bezieht und zwar in negativer weise um diese generische generische Funktion nicht zu gebrauchen gibt es im deutschen das sogenannte splitting das sind so wortpaare oder es gibt auch ein binnen i das ist die zweite alternative oder unterstriche oder ein großes binnen i oder unterstrich variante oder gender sternchen dieses gender sternchen ist ja neu und die ist ja nicht kodifiziert aber die benutzung dieses sternchen ist sehr weit verbreitet besonders im universitären bereich an deutschen hochschulen dieses gender sternchen hat auch eine sehr belebte diskussion hervorgerufen ich werde ihnen jetzt aus zeitmangel nicht näher darauf eingehen aber ich wollte sagen dass noch etwas im hinblick auf die generische gender benutzung ein paar worte sagen ich werde jetzt nur so viel sagen dass die das menschliche genus im generischen verständnis die diskussion entfacht hat und hier gibt es eine eine stellungnahme des sprachwissenschaftlers eisenberg nichts gegen die geschlechtergerechte sprache doch das generische maskulinum darf nicht angetastet werden denn gerade das generische maskulinum ist eine in der sprache tief verankerte elegante und leistungsstarke möglichkeit zur vermeidung von diskriminierung meine damen und herren ich kann mich nicht davon zurückhalten hier etwas eine formulierung nicht zu zitieren die ich in der offiziellen akademischen grammatik der tschechischen sprache gefunden habe das haben sie hier in tschechisch ich lese ihnen die übersetzung ins polnische vorlesen die gender richtigkeit die politische richtigkeit ist im Grunde genommen schädlich denn sie verweist auf den unterschied zwischen den geschlechtern dort wo der geschlechterunterschied nicht bestehen sollte also nicht sichtbar werden sollte ich schaue dass unsere zeit bald zu ende ist möchte ich noch zum schluss als fazit ein paar beispiele nennen und möchte ihnen zeigen wie wie ja im deutschen akademischen bereich die stellenausschreibungen formuliert werden an der universität leipzig ist es die regel dass man generisches maskulinum angewendet wird mit der mit dem zusatz mwd auf der an der universität dresden verwirrendet man einen strechstrich aber auch sehr regulär beide formen sind sichtbar aber nicht drei formen das ist universität dresden wir haben noch drei verschiedene universitäten und zwar in heidelberg verwendet man einen schrägstrich und bitte beachten sie bei ein strechstrich gibt es bei der bei der ausschreibung für den akademischen rat oder rätin und darunter fangen auch andere kategorien an ab stelle eines beschäftigten haben wir die drei kategorien mwd wenn wir die universität in greifswald und in kiel uns anschauen verwenden sie das sternchen das nicht allen gefällt in den stellenausschreibungen an den universitäten in deutschland sieht man das bestreben zwei oder drei geschlechter zu berücksichtigen bei einer näheren analyse habe ich jedoch festgestellt dass die meisten universitäten außer leipzig und regensburg und kiel die meisten universitäten zwei geschlechter berücksichtigen und bei anderen berufen drei drei geschlechter ich lasse das ohne kommentar zum vergleich zum vergleich habe ich hier stellenausschreibungen an tschechischen und polnischen hochschulen ist auch eine sehr interessante entwicklung in prag und bern bern ist bei der bezeichnung eines einer stelle professor und wissenschaftliche mitarbeiter benutzt man ausschließlich maskuline formen bei anderen bei anderen stellen werden beide formen verwendet hier hier rechts sehen sie sehen sie die olmutz und buddijowice das parallel beide formen verwendet werden wie ist es in der an der polnischen universität ich habe nur hier ein beispiel aus der universität warschau aber glauben sie mir das wird überall gleich sein gesucht werden kandidaten auf die stelle adjunkt und assistent und leiter der kandidat soll ein absolvent sein und so weiter ich komme jetzt zum schluss meine damen herren und zu der frage soll man die probleme der interkulturellen kommunikation vor allem in der sprache suchen ich muss sagen ich werde hier nicht ohne schwierigkeit einen der polnischen minister zitieren das ist beschämend der minister für bildung und wissenschaft stellte im polnischen radio 24 fest gender ist eine marxistische ideologie es ist eine falsche menschenvision ich bin auf der seite der wissenschaftler die feststellen dass es keine wissenschaft ist meine damen und herren ganz unterschiedliche wahrnehmung von zwei oder drei natürlichen geschlechtern führt dazu dass wir sie vor allem in der praxis wahrnehmen in der gesellschaftspolitik ich als sprachwissenschaftlerin würde weniger die verantwortung in der polnischen sprache im system der polnischen sprachersuche denn diese sind eingeschränkt durch spezifische grammatische und lexikalische mittel ich bedanke mich ihnen sehr dafür dass sie zugehört haben und hier haben sie eine auswahl an sekundärliteratur das ist nur eine auswahl weil eine sehr große menge bereits geschrieben wurde darüber und nach wie vor wird weiter zu dem thema geforscht und geschrieben ich bedanke mich sehr sehr geehrte Frau Professor es ist nicht so dass wir sie jetzt entlassen aus ihren posten wir haben noch zeit und wir werden sie noch hier ausnutzen das ist für unsere heutige konferenz sehr von nutzen dass wir ihnen sehr viele fragen stellen können und sehr viele viele kommentare das sind nicht nur fragen es haben sich sehr sehr lebhaft unsere unsere zuhörer eingeschaltet und sie bedauerten sehr dass sie sie nicht live erleben können und jetzt vielleicht zum zu beginn wollte ich etwas interessantes hier anführen eine bemerkung die darauf anspielt dass es am einfachsten wäre so zu formulieren bei stelle ausschreibungen so dass es sehr allgemein ist und dann dann vermeidet man den vorwurf dass man dass man bestimmte einschränkungen anheim gefallen ist und eine andere stimme sagt genus masculinum sollen wir alle maskuline in feminine umwandeln warum nicht schreibt Anna Grenz es gab schon Fälle an deutschen universitäten wo es nur geschrieben wurde Professorinnen obwohl es auch Männer dabei waren Frau Professor Es ist wirklich so dass die Wissenschaft die Sprachwissenschaft sich davon in Schutz nehmen kann gegen diese kontroversen Stellung zu beziehen was in der politik passiert in der politischen politik passiert und kann sie sich dagegen wehren an diesem Diskurs teilzunehmen ich beantworte Ihnen gleich mit nein auf die letzte Frage nein man muss Stellung beziehen aber ich bedanke mich für diese Fragen für diese Bemerkungen ich dachte eigentlich dass ich mich sehr beeilen muss und ein paar Sachen habe ich durchaus gespart dann kann ich durch diese Fragen darauf noch mal eingehen das Erste die Stellenausschreibungen meine Damen habe in den 80er jahren nach deutschland ging mein stipendium anzunehmen und da traf ich auf feministische linguistik es ist ein terminus der in polen eigentlich keine verwendung findet oder und als ich dann zurückkam nach polen und war mitarbeiterin der universität warschau habe ich vorgeschlagen dass mich dieses thema fasziniert hat habe ich vorgeschlagen dass ich ein seminar zum thema feministische linguistik anbieten kann und aus diesem seminar entstand ein artikel das ist ein sehr sehr alter artikel bereits schon vergibt aber wir haben damals in diesem seminar also wir frauen haben da etwas untersucht und zwar in co-autorschaft wir haben als co-autorinnen diesen artikel verfasst wir haben also untersucht wie die stellenausschreibungen formuliert werden in der gazetta viborcia das war bereits nach der wende und es stellte sich heraus dass die dermaßen unterschiedlich sind dass man eigentlich nicht weiß wie man sie zu lesen hat auf derselben seite gab es stellenausschreibungen wir suchen einen lehrer für englisch und dann gleich daneben wir suchen einen lehrer eine lehrerin und es gab auch es wird auch wurde auch für eine andere stellenausschreibung klar dass die eine buchhalterin gewartet gesucht wurde und wir haben jemanden angeregt dazu dort anzurufen zu fragen kann sich auch ein buchhalter bewerben oder nicht also das grundproblem ist im polnischen und ist auch gewesen dass man dass es in deutschland unmöglich ist eine stellenausschreibung nur in männlicher form zu setzen und im polnischen eben gibt es keine norm dafür ich freue mich sehr dass sie solche generische verwendung angesprochen haben ich wollte eigentlich mehr mich darauf konzentrieren habe das aus zeitlichen gründen etwas reduziert denn meine damen und herren ich habe über die männliche form als in generischer funktion gesprochen aber im grunde ist an der universität leipzig in der satzung der universität leipzig so in der generischen form die in der generischen funktion die feminative form gebraucht wird schauen sie sich mal bitte die webseite der universität der universität leipzig sie werden dort keine professoren finden sondern dekaninnen professorinnen und als das vom senat der universität beschlossen wurde haben wir gedacht es ist etwas unmöglich aber es hat sich herausgestellt dass das ministerium nicht protestiert hatte und die universität leipzig ist die einzige in deutschland die diese feminative form in generativer funktion benutzt ist es hat eine lawine losgelöst von fragen auch in polen übrigens auch eine lawine von kritischen stimmen in bezug auf diese entscheidung so ein titel aus einer polnischen zeitung sind die deutschen verrückt geworden das ist jetzt hier so als beispiel das heißt problem existiert da aber sie haben bestimmt noch andere andere bemerkungen bitteschön ja ganz entschieden ich fange mit dem letzten an von frau barbara gestellt ich werde sie so lesen wie ich sie sehe und frau barbara protestiert gehe als frau dagegen dass mir in der öffentlichkeit an der universität und in den schwulen die genderform aufgezwungen werden die spreche die sprache entwickelt sich natürlich und nicht durch die malträtierung der sprache in deutschland schreibt man schon liebe mitglieder und mitglieder innen und die vorherige frage von frau johanna grenz aus berlin formuliert nein von frau agata stopinska formuliert der rat der polnischen sprache irgendwelche empfehlung für die femininen formen im beruflichen kontext es gibt so viele fragen dass ich eigentlich nur die rosin hier raus picken werde vielleicht können sie etwas dazu sagen auch an eine aussage an frau barbara ich protestiere manchmal auch ich bin der meinung gern man darf die form benutzen die jemanden entsprechen ich lebe zum Beispiel zwischen drei sprachen deutsch polnisch und tschechisch in der tschechischen sprache muss ich von mir selbst profesorka sagen im polnischen muss ich professor sagen in deutschland sage ich professorin ich erinnere mich tatsächlich daran als ich vor 20 jahren nach deutschland kam und an meine studenten schrieb schrieb ich liebe studenten jetzt schreibe ich liebe studierende wissen sie barbara es gibt sehr unterschiedliche haltungen ich war letztes jahr nein dieses jahr noch im frühjahr ist es mir gelungen in der polnischen akademie der wissenschaften im institut für lewistik zu sein und wir haben darüber gesprochen und junge kolleginnen sagten sie wollten auf der seite des instituts schreiben dass sie professorinnen seien und das wurde ihnen verboten das heißt das ist keine form die in irgendeiner weise kodifiziert ist in poln nicht wahr das heißt sie haben das recht zu protestieren und ich glaube sie haben das recht die sprache so zu benutzen wie sie es für richtig halten und jetzt zu Frau Agatha wenn es um die empfehlung geht meine damen und herren der rat für die polnische sprache ist unglaublich vorsichtig ich habe ein wenig dazu gesammelt die wollen sich nicht erklären welche formen es geben sollte ich weiß nicht ob sie sich erinnern können mit Sicherheit die älteren von ihnen können sich an die Diskussion erinnern über Frau Ministerin Mocha die im Programm Lease Live verlangt hatte dass er Frau Ministra sie anspricht aber auf der offiziellen Seite hatte sie es nicht veröffentlicht und da war sie immer noch Minister und da hatte der Rat für die polnische Sprache sich dazu ausgesprochen und geschrieben ja ich habe das hier irgendwo ich habe das als Formulierung ja ja eigentlich ist die Form Ministra für Ministerin eine richtige Form eine korrekte Form aber die gibt es nicht in den Lexika die gibt es nur im Lexikon weibliche Form das heißt es gibt keine Empfehlung ich weiß ich habe als ich Polonistik studiert habe hat man mir gesagt man darf nicht Biologica oder Psychologica sagen und heute sagt man warum nicht man darf das sagen das heißt die Norm ist sehr unsicher und schon lange Zeit Sie sprechen sehr konkret und richtig dass die Norm unsicher sei aber ich glaube der Streit geht nicht darum was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist weil die diejenigen die Sprache gebrauchen die können sich da verständigen aber es geht um das Diktat der Correctness oder der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der Sprache es geht nicht um ein Phänomen also unter Freunden sondern es geht darum dass bestimmte Verhaltensweisen gebrannt markt werden und andere nicht Herr Krzysztof Michniewicz hat noch eine Frage ich lese mal ist die Formulierung Faschistinnen und Faschisten sind 1933 an die Macht gekommen gerecht sprachgerecht oder auch schon übertrieben da sieht man sozusagen eine Aufregung über die über den Streit der auf die sprachliche Ebene übertragen wurde und das ist für sie ja auch selbstverständlich und darüber haben wir gesprochen und haben versucht das darauf zu beschränken auf die Bereiche solcher Sprachen wie polnisch tschechisch oder deutsch aber der Streit ist genauso emotional auf der Ebene der englischen Sprache wo dieses Problem eigentlich kaum auftritt es ist marginal es ist konstruiert aber dort wird man so hält man so für eine Transphobie zu einem Culture Council solche Personen wie Frau Rowling die große Märchenerzählerin der englischen Sprache verurteilt mir scheint dass es uns die ganze Zeit auch gut gelungen ist diese beiden Bereiche voneinander abzugrenzen den feministischen Bereich den Bereich des Kampfes um gleiches Recht für alle den kulturellen Bereich von dem sprachlichen Bereich in dem vieles passiert und wo die Sprachnutzer wie sie gesagt haben mit bestimmten Dingen einverstanden sind oder auch nicht sie entscheiden mit den Füßen also mit der Sprache und lassen sich dann überzeugen von bestimmten Formen vielleicht suchen wir noch was kontrovers aus sehr gern was sagen sie so den Faschistinnen doch ich möchte etwas dazu sagen die Frage ist ein bisschen so eine eine Rache nicht war warum nicht warum nicht dieses Wort glauben sie mir bitte ich bin da sehr liberal und ich muss sagen und ich gebe ihnen zu dass die Idee die an der Universität Leipzig angewendet wurde nicht gefallen hat ich habe mich an den Kopf gefasst muss das wirklich so sein ich habe das auch ein wenig als Rache empfunden aber insgesamt ist das Prinzip der Grundsatz im Deutschen konkret Wir gebrauchen das IN es gab keine Kanzlerin vorher aber sobald sie auftauchte hat man das IN gebraucht das heißt es gibt eine Regel und an diesen Regeln mangelt es manchmal in der polnischen Sprache und am meisten rege ich mich auf wenn es oft so ist dass man in dieser Sprachberatung schreibt nein das sind richtige Formen ich habe nichts gegen diese Formen aber andererseits weiß ich nicht ob sie tatsächlich angewendet werden ich weiß nicht ob es tatsächlich diesen Liberalismus gibt ich glaube nein da gibt es zwei Fronten die gegeneinander kämpfen ja zum Beispiel die barmherzigen Schwestern die Arbeit finden wollten und Männer waren gut aber sie haben von der Köchin und dem Koch gesprochen stellen wir uns vor dass eine Frau die drei Michelin Sterne als Köchin gewonnen hat sie würde lieber Koch heißen als Köchin im polnischen ich glaube ja ich glaube sie haben recht das ist eine sehr traurige Sache wie ich gesagt habe da sind wieder die Frauen schuld nein im Gegenteil lassen sie uns zu unserem einführenden Gespräch über die Koryphäe sprechen lassen sie uns noch schauen was unsere Teilnehmer hier schreiben es lebe der Usus schreibt jemand und jemand schreibt noch stellen sie sich vor dass man die Gesetzestexte umschreiben müsste die sowieso schon sehr kompliziert sind in beiden Formen von Substantiv Adjektiv und Pronomen ich habe im Alltag damit zu tun Barbara Sie haben da vollkommen recht nicht wir haben jetzt keine Zeit um darüber zu diskutieren das was im Deutschen möglich ist wird weniger möglich im Polnischen es ist genau so dass diese Anwendung des Splittings anstrengend ist in der deutschen Sprache aber nicht so anstrengend ist wie es im Polnischen wäre wir haben Verbalformen die den Genus berücksichtigen wir haben sogar Zahlwörter die auch den Genus berücksichtigen müssen bei den Adjektiven da beginnt ein unglaubliches Problem das heißt die das maskuline Genus als generisch ist manchmal eine Rettung bei der Formulierung von Texten das kommt mir so vor ich habe noch eine sprachliche Bemerkung wenn die Polen wenn die Polen böswillig werden wollen in Bezug auf Frau Merkel sagen sie Merkel was aber im tschechischen völlig korrekt ist Angela Merkel und das ist dort ein Muss aber ich wollte sagen es ist eine Diskussion im Gange zu diesem Thema und zum Beispiel in der tschechischen Presse wird wird die Kanzlerin Merkel oder wird als Kanzlerin Merkel oder als Merkel Lover genannt und ich kann mich manchmal nicht zurückhalten mich als mit meinen beiden Namen Rittel Lover und Schwarzel Lover vorzustellen wenn ich mit dem Zug fahre aber die Form die in den Ausweisen vorkommt ist ja bindend Ausnahme hiervon ist nur wenn eine Frau einen ausländischen Ehemann hat und die Erlaubnis bekommt die Over Endung nicht zu benutzen wir haben hier einen Protest unter den Stimmen gegen das Wort Köchin und Stadt ich bin ein Koch als Frau und Frau Anna Krenz schreibt Köchin ist vollkommen in Ordnung und wir sind dafür das stimmt wir sprechen über zwei verschiedene Dinge über die Normierung und über den Osus das Osus ich spreche eher über das Osus und dieser Unterschied wird nicht nicht im rechten Maße berücksichtigt ich wollte noch zu dem Koch etwas sagen bitte beachten Sie das ist im Polnischen wirklich traurig wir sagen Le Karka also Ärztin aber wir sagen aber nicht Ärztin für Augen Heilkunde und so weiter das heißt die männliche Form ist dann in diesen Facharztausbildungen vorherrschend so ist es auch bei Koch und Küchen oder die Professorin an der Oberschule oder die Universitätsprofessorin da ist auch ein Unterschied je nachdem wie hoch das Prestige ist was gibt es hier noch ich schaue mal zum Beispiel Partizipien werden hier herangezogen Forschende Studierende Teilnehmende da steht noch warum konnten wir uns mit dem Wort Fahrer also Kirovza warum konnten wir damit nicht fertig werden vielleicht so die Antwort könnte man sagen der Autofahrende oder die fahrende Person aber das ist immer als wird als Prothese empfunden in der Sprache wenn wir mit der Notwendigkeit konfrontiert werden müssen wir die Wahl treffen und die Wahl ist nicht immer zufriedenstellend jemand schreibt hier noch in Bezug aufs tschechische nochmal dass Frau Nowakowa berufen worden sei und so weiter das sind die Beispiele die wir schon genannt haben aber in Polen funktionierten solche Varianten früher auch eine der sehr bekannten Linguistinnen Frau Danuta Butler hat alle ihre Publikationen unter dem Namen Butlerowa publiziert oder die Schauspielerin mit dem Namen Kurz hat sich dann Kurzowna genannt als sie hat also den Namen genutzt um ihre um ihre feminine Seite zu zu signalisieren dass sie auch nicht nicht verheiratet war als ich mal zu meinem Professor als junger Professor hat sich die Frau des Professors vorgestellt Josef Hova Lipzova das hörte ich als junger Assistent bei meinem Professor ich habe hier noch eine Frage von Agatha Stupinska bei Allah Seville Wolf könnten man hier heranzitieren die Sprache ist die Sprache ist produktiv und die Kultur steckt in der Sprache und das ist so die Bemerkung das ist eine sehr richtige Bemerkung wir erwarten noch weitere Kommentare zum Beispiel zu Noam Chomsky als Politiker das wollen wir gar nicht denn es ist eine ganze Menge von Fragen schade dass wir uns nicht sehen können und nicht diskutieren können wenn wir Satya Wolf schon zitiert haben dann können wir sagen die stände diskussion ist sehr gut vielleicht erzähle ich noch eine anekdote die sehen wir auch sind hier herzlich willkommen alle anekdoten wie sie vielleicht bemerken können konnten habe ich keine radikalen ansichten aber das interesse für das problem ist ja da ich habe eine grammatik mit verfasst eine kontrastive grammatik der deutschen und polnischen Sprache die ist jetzt in der zweiten version erschienen sie erschien aber zum ersten mal in den 90er jahren ich schrieb damals dann Syntax Teil links habe ich die deutsche sprache beschrieben rechts die polnische die beispiele haben wir uns ausgedacht und etwa in der ersten Person waren die verfasst und ich begann als ich diese Beispiele der ersten Singular Person in Vergangenheit übersetzte stieß ich auf ein Problem Bill das heißt er war oder sie war in der Schule und wir müssen also hier mussten hier also eine Entscheidung treffen ob wir in die feminine Form oder in die maskuline Form übersetzen und ich habe gedacht dass er eine Grammatik ist und sie soll das Genus berücksichtigen und die sprachliche Situation ebenfalls dann bemühte ich mich zu 50% so zu 50% in die feminine in die maskuline auch zu 50% zu übersetzen einer der Professoren damals und ich war damals noch sehr jung und er war ein älterer Professor er hat sich diese Texte angeschaut durchgelesen und sie kommentiert und überall wo ich die feminitiven Formen benutzte strich er sie durch und verwandelte sie in maskuline Formen und irgendwann mal schrieb er mir genervt diesen Kommentar alle wissen dass neutrales Genus im polnischen maskulin ist und nicht feminim so wie sie es schreiben das halten der Meinung sind nur Feministinnen so sein Kommentar ich fühlte mich sehr betroffen damals und wir waren damals in Krümhübel auf einer Konferenz und alle Co-Autoren waren dabei und ich sagte ich als Autorin bin mit dieser Meinung nicht einverstanden dass alle ich Formen in die maskuline Form übersetzt werden sollten und tatsächlich in dieser Grammatik in der ersten Ausgabe gibt es beide Formen aber wir mussten damals abstimmen ob wir alle Formen in die feminine oder in die maskuline Form übersetzen lassen sollten also meine Damen und Herren man kann das Absurdum führen und so etwas kommt dabei heraus vielleicht wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen denn ich muss noch zum Schluss einen Dank aussprechen ich bedanke mich vor allem bei denen die heute nicht sichtbar sind aber zuhörbar sind und die heute eine besonders schwierige Aufgabe hatten das waren Frauen Frau Drota Zigan und Agnieszka Grzyprowska die simultan ins Deutsche übersetzt haben aber es gab auch einen Mann Herr Marik Kowalczyk der das alles ermöglichte in technischer Hinsicht Frau Professor ich bedanke mich sehr wir könnten stundenlange darüber sprechen es gibt eine Konfrontation von sprachlichen und kulturellen Elementen dann Deutschland und Polen deutsche Sprache und polnische Sprache und Universität der drei Generationen das sind alles Vergleichsebenen und ich bedanke mich bei Ihnen sehr für die Teilnahme und bei Ihnen für den Vortrag ich bedanke mich sehr sehr herzlich jemand hat noch etwas ganz Wichtiges geschrieben Warten wir noch kurz Nein Das haben zwei Personen geschrieben Sie haben sich sehr bedankt Ich habe gedacht vielleicht etwas Wichtigeres noch Ich bedanke mich ebenfalls sehr bei Ihnen Gute Nacht einen schönen Abend noch Vielen Dank